hallo es kommt mir bei das war auf der model ich wollte euch informieren ich habe einen zweiten youtube channel wie ihr sehen könnt namens freizeitpark ddl2 lws wäre nett wenn ihr auch diesen channel abonnieren könnt denn diesen channel wird es reine freizeitpark wissen geben vielleicht auch noch kirmes aber keine andere wissen mehr und auf diesen haupt channel hier wird es auch keine themen mehr über freizeitpark vielleicht kommt auch noch auf diesen ein youtube channel hier planet costa videos und let's play es aber mehr nicht also es werden keine unboxing videos geben keine rapper boxen keine zauberpfe nix in dem sinne und auf diesem channel wo ich jetzt für den filme wird es keine freizeitpark videos mehr geben keine achterbahn nicht von innen nicht von außen keine fahrgeschäfte an sich nix ich werde euch die information geben dass es diese änderungen da sind das war es dann auch wieder mit diesem video noch ganz kurzes video ciao und bis dann